Willkommen in Suburbicon, einer Stadt des Staunens und der Überraschungen. Erbaut auf dem Versprechen des Wohlstands für alle. Nicky, du musst aufstehen. Es sind Männer im Haus. Sohn, ich muss dir etwas sagen. Diese Männer haben deine Mutter umgebracht. Wir denken, dass es das Beste ist, wenn deine Tante Margaret bei uns einzieht. Nicky braucht eine Mutter. Wir sind stark. Wir kommen klar. Mr. Lodge? Ja? Kennen Sie eine Person namens Rizzoli? Ein Kredithai. Wenn Sie Schulden bei der Mafia haben, wäre das eine Erklärung dafür, was mit Ihrer Frau passiert ist. Hi, Kumpel. Dieser Komiker hat uns zum letzten Mal ignoriert. Kümmer dich um den Jungen. Nicky? Diese Tiere haben uns alles genommen. Ich muss Entscheidungen treffen zum Besten der Familie. Die Polizei ist hier. Gibt es Fortschritte bei den Ermittlungen? Ein Mafioso hat vor ein paar Tagen das Zeitliche gesendet. Tut mir leid, dieser Verlust. Seines Lebens? Ja, ihm tut sich ja auch leid. Ich bin hier, um zu kassieren. Was wollen Sie? Ich will alles. Einfach alles. So etwas passiert hier nie. Das ist ein sicheres Viertel. Das war's. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Ich könnte sie auf der Stelle umbringen. Ich könnte sie auch umbringen. Ho, ho, ho. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020